Wo ist die Kamera? Ah, da ist sie. Ah, jetzt sehe ich es. Also das Thema ist das, dass sich das ByDesign, wie wir angefangen haben, das hat einen sehr guten Grundstock gebildet und das sieht man jetzt auch. Und das ist auch der Grund, warum wir uns als AlphaOne dazu entschieden haben, dass wir nicht mehr von ByDesign oder von S4 Essentials reden, sondern wir reden von Cloud ERP, weil sich die Vorgehensweise und auch die Pains dementsprechend, die du beim Kunden adressieren kannst oder wo du dem helfen kannst, die kannst du mit beiden Produkten sehr ähnlich abdecken. Und das ist sehr stark getrieben durch eine Vorgehensweise und auch durch ein Mindset, was wir verkörpern, was wir eben seit acht Jahren verkörpern. Und es geht einfach, dass man das Businessmodell des Kunden versteht und sagt, okay, wie kann dir dieser Standard, den jetzt ein ERP-System, wie zum Beispiel das ByDesign oder auch das S4-System bietet, wie kannst du diesen Standard am besten einsetzen, auch wie kannst du teilweise deine verstehenden Prozesse digitalisieren und nach vorne bringen, auf eine moderne Plattform gehen und mit dem in die Zukunft fahren. Und das ist genau das, warum wir als AlphaOne und auch im Speziellen ich für das Thema brennen, weil, wie gesagt, da auch mit den Produkten, die die SAP da zur Verfügung stellt, auch wirklich sehr viel weitergegangen ist und im Bereich S4 da auch jetzt sehr viel Know-how aus meiner Sicht, vor allem im Essentials-Bereich von ByDesign reinkommt, was aus meiner Sicht eben genau diese Themen, die momentan immer wichtiger werden für einen Kunden, ideal treffen. Das Thema Flexibilität, Geschwindigkeit, Änderungen, irgendwas ändert sich, der Markt ändert sich, weil es schon ein ganz wichtiges Thema ist, dass du deine Abläufe, deine Prozesse up-to-date hast. Sehr cool, hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Danke vielmals.